Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Kinderbetreuung in der Stadt Bern – Kindertagesstätten und Tagesfamilien Die Stadt Bern bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der familienergänzenden Kinderbetreuung. Sie möchten Ihr Kind stunden- oder tageweise betreuen lassen? Welches Angebot ist das Richtige für Ihr Kind? In diesem Video erfahren Sie mehr zu den Möglichkeiten der familienergänzenden Kinderbetreuung der Stadt Bern. Die familienergänzende Kinderbetreuung kostet etwas. Die Eltern bezahlen die Kinderbetreuung. Teilweise bezahlen auch die Stadt Bern und der Kanton Bern etwas, damit die Eltern nicht so viel bezahlen müssen. Die Tagesstätten für Kleinkinder, die Kitas, bieten eine Voll- oder Teilzeitbetreuung für Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Kindergartenaustritt an. Wie finden Sie einen Kita-Platz für Ihr Kind? Es gibt in der Stadt Bern privat oder städtisch geführte Kitas. Wenn Sie einen Kita-Platz suchen oder Informationen zu einer Kita möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die Trägerschaft. Die Suchhilfe vom Kanton Bern hilft Ihnen, die passende Kita zu finden. Sie finden den Link dazu unterhalb dieses Videos. Haben Sie Fragen zu den Kosten oder zur Finanzierung der Kinderbetreuung in der Kita? Melden Sie sich bei Familie und Quartier Stadt Bern. Sie finden die Kontaktmöglichkeiten in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Oder schreiben Sie eine E-Mail an kinderbetreuung-at-bern.ch Tagesfamilien bieten Kindern bis zum Alter von 14 Jahren eine Betreuung in kleinerem Rahmen als Kitas. Die Betreuungszeiten werden individuell vereinbart. Die Suchhilfe vom Kanton Bern hilft Ihnen, eine Tagesfamilienorganisation zu finden. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. Haben Sie Fragen zu den Kosten oder zur Finanzierung der Kinderbetreuung bei Tagesfamilien? Melden Sie sich bei Familie und Quartier Stadt Bern. Sie finden die Kontaktmöglichkeiten in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Oder schreiben Sie eine E-Mail an kinderbetreuung-at-bern.ch Dieser Kannst Nerv клânen wird nicht gut sein. Wer Jay gayеров, ist die model, wenn wir nicht innovation werden. Jadi, wenn vielleicht nicht anfangen wird, können Siezen dieser Kabin jugaensen anrufen. Versuch die Todрий kommen. Untertitelung des ZDF, 2020